ja ungewöhnlich ist grau selben ist blau und episch ist also ich habe gestern eine graue eine grüne und eine blaue markiert in der aufgabe und hat es angenommen hast du ne ungewöhnlich ne gewöhnlich ist grau oder ich glaube gewöhnlich ist grau ne ja ungewöhnlich ist grau 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 ich habe gestern die aufgabe ich habe ich gestern nur mit grauen waffen gemacht ich habe dann nach den tats normal hier ich will mich machen geh mal hin ich sag jetzt mal nix Lassie, Lassie! Hör! Oh, hier landen nur ein paar Leute. Geht dorthin. Und wenn ich sterbe, dann flippe ich diesmal richtig aus. Aber das muss jetzt mal ein eblicher Sieg werden. Derrick, klapp mal dein Mikro bitte hoch. Das Störgeräusch, das ist richtig nervig. Ich hab einen. Wo kam der denn auf einmal her? Okay, der Name sagt schon alles. Deswegen lande ich ungern dort, wo so viele sind. Bei der Sumina. Nein, nein, nein. Ich hab keine Mets mehr. Das ist doch scheiße. Der Derrick vermasselt das. Hab ich doch gewusst. Jetzt. Okay. Spielwiese. Papa, du hast was gewollt. Dann machen wir gleich die nächste Runde hier. Ja, Spielwiese. Derrick, reiß dich zusammen. Hast du Aufnahme noch an? Natürlich. Ich mach dir doch jetzt wegen... Was? Drei Minuten dreizehn? Nee, aus. Aber du musst mal verlassen. Nee, ich bin auf bereit gegangen. Mach mal bereit, Derrick einfach. Das geht doch so. Super. Ja. Ich muss noch bei der Wetterstation tanzen. Weißt du wo die ist? Ich glaub irgendwo bei der Schneewelt. Auf dem Berg. Genau. Ganz oben auf dem Berg. Und zwar genau... dort. Ich kann's noch nicht sehen. Ich bin auf dem Ladeflug schon. Achso. Ja, können wir ja... können wir ja gleich alle hinfliegen. Okay. Ja, jetzt seh ich's. Oh, ich will den Tanz ordentlich haben. Ich find die Musik richtig gut davon. Ich find die Musik richtig gut davon. Ich kenn die alles nicht. Aber... Du musst nur hoch bleiben. Das Eingfache ist auch gut. Nö, der geht's nicht mehr. Ich weiss... Hab ich das schon? Ich weiss es gar nicht. Das ist glücklich, dass der erste Tanz, den man kriegt. Ah, Schaps, ja. Oh. Oh, das war noch frei. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Okay, das war nicht jugendfrei. So, gehen wir mal da hin. Achso, der Derek, der versteht wieder gar nichts. Derik, also du bist unser Schutzschild, du rennst vor und lässt dich abschießen. Und wir killen die. Ne, wir rennen weg. Im Gagaschritt. Jo, im Gagaschritt. Hm. Hahaha. Hahaha. Ah. Oh Nice, let's have this Da gucken wir mal nach ner blauen Waffe Lutschzaun. Ich hab ne blaue. Handfeuerwaffe und blaues Sturmgewehr. Ich hab zwei grüne Waffe, eine Rotfilde, eine Spistole und ein Sturmgewehr. Derrick, du hattest doch vorhin ein blaues Sturmgewehr, hast du da die Gegner nie abgeschossen? Ich hab die schon da nicht abgeschossen, aber nur Schaden, die gegen die Sturmgewehr sind. Ach, du musst die töten mit der Waffe. Achso! 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 Kannst du bitte deine blaue Waffe markieren? Moment. Cool, danke. Aber was hast du jetzt alles für welche markiert? Ähm, grün und die blaue, also es fehlt jetzt noch. Eher lila. Sicher? Dass es gar nicht die graue ist? Ich hatte grad nix graues. Ja, ne, ungewöhnlich ist grün, ich muss ungewöhnlich markieren, dann selten und episch. Also ich muss grün, blau und episch markieren. Okay, also doch. Jetzt hab ich schon wieder ein grünes Sturmgewehr. Was will ich denn? Wieso hab ich zwei grüne Sturmgewehre? Derrick, du machst mich alle. Da ist ein Lama. Malz, 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 malz. Da ist bestimmt was Lila ist drin. Malz, 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 malz. Derrick! Ich hab's entdeckt! Und ich hör da oben welche schießen. Du hast denn alle Kässe geklaut. Was darf ich denn? Ach man, ich hab kein Material! Mach's doch so! Juhuuu! Bitteschön! Danke! Mache... Jetzt ist man wieder lazy. So schön. Juhu, der ist schön. Et puis, add�데, lazy. Vielleicht ist nur noch dort. Ach, halt, 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 halt! Habe alte Nacht! Ach, hier ist auch noch in einem Haus. Innen im Haus, halt! Ab ein. Da draußen, der ist auch verpufft, also... Naja, der draußen, der nicht gekittert, hatte nur ein Sturmgewehr, Verbände und Holz. Hier ist noch einer bei mir. Meinen? Ach man, das war so klar. Den kriegt ihr. Happen. Hier ist noch einer. Happen. Hier, rett noch einer. Es kommt noch einer, es kommt noch einer. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Gut, der ist weg. Ich sehe dir, ich habe Medikiss. Achso, ja, danke. Ah, ich habe selber eins. Oh, egal. Ich kann es ja wieder geben. Okay, ich habe ja drei. Ach, du hast schon drei. Das kannst du behalten. Achso, okay, gut. Äh, Derek, die wollte ich mir grad nehmen. Oh. Warte, ich habe noch Minis. Warte, ich habe gar kein Schild. Warte. Ja. Danke. Selina, wie viele Kills hast du? Ich habe ein. Papa, du? Zwei. Ich habe drei. Ja, loser. Derek, was habe ich dir gesagt? Ich will, ich will sowas nicht hören von dir. Außerdem, ja, ich hole mir jetzt den nächsten. Den hole ich mir. Haha. Derek. Juhu. Derek. Ich schmeiße dich dann aus der Gruppe. Mit dir macht das keinen Spaß mehr. Ha. Da sagst du nichts mehr. Aber ich habe doch hier gerade noch was gehört. Hast du noch Minis? Oh, wir müssen in die Zone. Ups. Und den nächsten kill. Da, hier draußen ist einer. Oh shit. Fuck. Ich, ich sterbe. Ich habe nur 11 HP. Scheiße. Weil sie es so schafft, wie diese... Wenn du keine Ahnung hast. Du hättest Medikit nehmen können. Nimm Medikit. Alles, ne. Ich habe es ohne. Oh, ich trage dich. Scheiße. Zum Glück kann man tragen. Ey, danke Fortnite. Ich liebe dich. Medikit hast du ja, ne? Ich? Ach so. Ich habe Ternod noch dann, wenn ich fertig bin, zwei drinnen. So. Erstmal überall nachladen. Alles verschossen jetzt. Jetzt habe ich erst mal fünf Spiels. In Falczel, dann. Oh. Boysch. Jetzt habe ich einen verschlägt noch. Ich habe alles nachgesagt. Ich muss in die Zone gehen, weil es geht ja gleich wieder los. Hm, da vorne ist noch ein Loot Shop. Papa, hast du Loot Shop? Oh ne, den muss ich noch machen. Oder einer von euch, weil ich habe ja Gruppenhilfe dabei an. Dann mache ich es. Der, der als erstes da ist, macht das am besten. Ja, ist er. Derrick ist erster. Das bin ich. Boah, ich habe gleich den Tanz. Und der 11-1 war. Nein. Oh, danke schön. Winner. Ach so, warte mal. Hier ist noch Menüchen trinken. Ich habe auch... Ich habe... Warte mal. Warte mal, warte mal. Hä? Oh nein. Wo ich gerade den Loot Shop geöffnet habe, für Papas Aufgabe... Hier oben sind welche. Da habe ich... Da habe ich... Da habe ich... Ich habe... Ich habe XP bekommen. Hm. Wo, 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 wo. Die kriegen wir hier. Da rennt einer. Oh. Ah, ich bin auf sich. Du musst unsere Position nicht verraten. Wenn wir jetzt von hinten rein gehen, dann können wir uns die holen. Selina, kommst du? Ja, ich habe keinen geholt. Hier bei mir ist einer. Ich will. Hab einen genockt? Hab den. Aber hier ist noch einer. Hier war noch... Hier war noch einer. Den habe ich gekillt. Den habe ich gekillt. Aber... Alle beide? Ja. Nein, hier ist noch einer. Siehst du, Derek? Ich habe gesagt, da ist noch einer. Sorry. Aber hier... Dings kommt. Dort ist noch einer. Huah, getroffen. Hä? Ich habe Gegner. Ich habe Schritte. Also ich habe gerade einen, der auf allen Vieren gekrochen ist, noch... Weggepumpt. Hab den nächsten. Ich habe eben One-Shot geschossen. Da oben sind noch zwei. Ja. Nein! Der Leder holt den. Holt den. Holt den. Bleib. Nein! Nein! Och Mann! Scheiße! Oh, Schade. Ach, wenn ich das nicht habe. Jetzt so will ich leben, ey. Ah. Fünfter! Ja! Ey, weil mich so gut ist! Jede ist, oh gut. Bis zum nächsten Mal.